Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 8. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1115. Heute mit den folgenden Themen Apple ID, DJI, Mavic 3, Forza Horizon 5, Echo Update, Devolo, Multiplayer und Cyberangriff. Wir starten gleich mit der Apple ID und genauer gesagt mit der entsprechenden Webseite dazu. Die hat nämlich ein neues Design bekommen, besser gesagt ein neues Logo. Wenn man sich da einloggen mag, bekommt man ein schönes neues Logo zu Gesicht und dann kommt man auf die Seite, wo man die ganzen Einstellungen hintereben und rund um die Apple ID vornehmen kann. Wer mag, gerne mal ausprobieren, sofern ihr natürlich überhaupt so eine habt. Dann hat Ende der letzten Woche, am Freitag, nämlich DJI, die Mavic 3 und die Mavic 3 vorgestellt. So rum ist das Ganze. Wie soll ich sagen? Unten rechts Modelle von den normalen Mavic Drohnen oder von normalen DJI Drohnen, besser gesagt. Jetzt nicht gerechnet die grossen Drohnen, die dann wirklich ganz heftig ins Geld gehen. Hier haben wir was, ab 2100 Währungseinheiten geht es los, ab bis zu 4800, je nachdem für welches Modell, das man sich entscheidet. Für das Kleine, die Mavic 3 oder die Mavic 3 Sin. Da eben dann ein bisschen mehr an Geld. Was bekommt man? Ja, richtig gute Drohnen mit super Auflösung. Apples ProRes 5,1K Audio oder besser gesagt Videomaterial ist mit dabei oder die Möglichkeit von so einem Videomaterial aufzuzeichnen. 120 Bilder in den Sekunden, 20 Megapixel, mehrere Kameras sind da jetzt mit drin verbaut. Und die fliegt dann auch ein bisschen länger als ältere Modelle, nämlich bis zu 46 Minuten kann man mit der neuen Mavic Drohnen unterwegs sein. Spannende neue Geräte für nicht ganz günstig, aber wie gesagt, das sind auch keine Einstiegmodelle und somit passen das auch wieder. Weiter geht es mit Forza Horizon. Ich habe es, glaube ich, schon mal kurz angedeutet, es ist bald soweit. Ja, auch letzten Freitag war es soweit. Forza Horizon 5 ist da. Ich freue mich, hätte ich noch das Abo für die Xbox, dann hätte ich es schon angespielt oder eben genau nein. Deshalb habe ich auch das Abo nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. Aber ich werde es mir auf jeden Fall wiederholen, denn das Spiel möchte ich mir unbedingt gönnen. Wo spielt sich das Ganze dieses Mal ab? In Mexiko. Es schliesst nahtlos an die Geschichte von Forza Horizon 4 an. Somit Fans der Serie zugreifen, packt euch das Spiel und habt Freude daran. Der Trailer dazu, ein Augenschmaus. Ach, wie würde ich da gerne am Strand. Aber nee, Papa muss Podcast und Blogpost schreiben. Also Podcast schneiden und Blogposts tippen. So rum, genau. Amazon hat eine schöne Neuigkeit rausgehauen. Nämlich, dass nicht nur die Tablets mit vier Jahren Sicherheitsupdates ausgeliefert werden, sondern das Ganze gilt auch für die Echo, die Echo Show, für die genannten Fire Tablet und für die Kindle-Geräte, die sie auch noch im Angebot haben. Und das ist sehr, sehr gut, denn wir wissen ja, Sicherheitsupdates sind wichtig und unter Android sowieso. Also somit, wer ein Produkt aus dem Hause Amazon hat, egal ob das jetzt das Fire 7, 8, 10, 9er gab es glaube ich gar nicht und so weiter ist, ihr bekommt da, wie gesagt, Sicherheitsupdates ausgeliefert, wie eben auch für die Echo-Geräte, wenn es da was gibt. Das beruhigt ein bisschen, auch wenn immer der Gedanke im Hinterkopf ist, dass ja der liebe Herr Beezels oder eben nicht mehr Beezels mithört. Neuigkeiten gibt es auch von Devolo, da gehe ich dann aber erst im Dezember oder gegen Ende November, Anfang Dezember ein bisschen genauer drauf ein, wenn dann die noch neueren Geräte kommen. Denn die Devolo Repeater 1200, die sind, ja, was soll ich sagen, noch mit Wi-Fi 5 unterwegs. Und ich persönlich würde heutzutage nicht mehr in Wi-Fi 5 Geräte investieren, wenn schon eine Neuanschaffung, dann gleich in Richtung Wi-Fi 6 gehen. Aber da soll es eben bald auch Möglichkeiten geben. Ansonsten, was bekommt ihr da? Ihr bekommt ein MIMO, also ein Multi-User MIMO, die Möglichkeit, dass mehrere Benutzer gleichzeitig in alle Richtungen surfen können. Brutto lässt das Produkt bis zu eben 1200, wie ist der Name schon verrat, Megabit in der Sekunde durch. Das ist immer ganz stark davon abhängig, wie eure Wohnung aufgebaut ist und das Stromnetz, wo das Ganze durchgeht. Was positiv zu dem Produkt zu sagen gibt, WPA3-Verschlüsselung, sofern man nicht so viele alte Geräte hat, ist das natürlich praktisch. Und ihr habt jeweils an jedem Repeater auch ein Ethernet-Port, wo ihr dann einen Fernseher, einen Computer, keine Ahnung, NAS oder was auch immer, anstecken könnt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und sie sind ab 60 Währungseinheiten im Handel verfügbar. Dann gibt es Neuigkeiten von Stadia. Und da will ich noch nicht wieder mal hören, dass Stadia tot ist, weil jetzt wieder irgendwas eingestellt wurde. Nee, Google ist auch fleissig am Ausbauen. Vor kurzem kam ja die Direct-Touch-Geschichte für iOS mit dazu. Also die Unterstützung dazu. Dann kamen auch die öffentlichen Räume und die Sprachchats unter Android, um mit den Mitspielern zu kommunizieren. Alles Dinge, die schon länger versprochen wurden, endlich geliefert wurden und auch gut ist, dass das jetzt hier ist. Und neu geht auch die Multiplayer-Spiele ohne Einladung, wo man dann einfach hinzutreten kann. Das ist natürlich eine sehr geschickte Geschichte. Und da würde ich mich auch freuen, hätte ich ein bisschen mehr Zeit, um das auszubilden. Da habe ich aber noch ein Abo und somit könnte ich zumindest doch ein bisschen Auto fahren. Denn im letzten, ach was war das schon wieder? Ich glaube, im August war es, war ja Dirt mit dabei. Das ist so eine Stadia-Version von einem Autospiel. Und da könnte ich mein Auto mal ein bisschen dreckig machen. Mal schauen, ob ich das dann die Zeit dazu finde. Zu guter Letzt habe ich noch eine Information zu einem Cyberangriff, der nicht ganz so schön ist. Gut, sind sie ja generell nicht. Aber dieses Mal hat es die Automobilzulieferindustrie getroffen. Eberspecher, Eberspecher? Ja, doch, schreibt man so. Liest man wahrscheinlich auch so. Ist Opfer geworden von einem Ransomware-Angriff. Und was ist da jetzt das Problem? Ja, die produzieren halt für Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz und so weiter Zubehörteile, die dann eben in deren Produktion fehlen und somit dann dafür auch weiteren Produktionsablauf und oder sogar Stopps führen können. Ziemlich unschön, aber das zeigt wieder mal, liebe Companies da draussen, sorgt dafür, dass ihr gute Menschen anstellt, die für eure Sicherheit zuständig sind. Bezahlt die Menschen gut und schaut, dass die dann auch einen guten Job machen und dass dann eben sowas nicht passieren kann. Das war's mit den heutigen Meldungen, die ich euch zum Wocheneinstieg mit auf den Weg geben konnte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich freue mich auf Rückmeldungen, Feedback etc. Ansonsten habt einen schönen und erfolgreichen Start in diese neue Woche. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.